Also ich finde, Alti Parmak ist ein Gewinn für diese Mannschaft, nicht nur wegen dieses Tricks, wegen dieser wunderbaren Flanke und weil er Vorleimgeber ist für Christian Beck. Was macht denn der Beck dafür? Ein Tor! Das ist ja ein super Tor von Christian Beck. Boah, war das ein schöner Spielzug. Ausgehend schon die Flanke von Alti Parmak, versehenswert. Dann wird der Ball länger, länger und immer länger und er macht's. Wieder einmal Christian Beck, der Zielspieler, wie Sie sagen, hier in Magdeburg.